Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day Forest Castle von Sam Crow Wiggler & Piranha Plants Are Everywhere No Progressive Power Up 73 erfolgreich von 1704 Versuchen gab es 117 Leute haben es gespielt, 49 hat es bekommen und die Abschlussrate beträgt 4,28% Das Ganze im New Super Mario Bros. U-Style Und ich sehe jetzt schon, wir müssen sehr viel Spin jumpen Viel Spaß So Auweia Das geht ja schon gut los Aber ich möchte jetzt was ausprobieren, denn Nein, da kann man nicht rein Hätte ja sein können Ein nettes kleines Easter Egg gewesen Boah, du blödes Die waren fies Oh, der Wiggler ist auf his Wow Der Wiggler war fies Ja, aber Der hat einfach nur drauf gewartet Nicht speedrunnen Nicht speedrunnen Danke Ja Ja Ich hasse es Ich wills gar nicht speedrunnen Aber man Man wird automatisch dazu Versuchung ist so groß Genau deswegen Wiggler ist so großartig Oh Wigglery Wiggler Okay Wir haben Geduld Alter, du Dreckiges Teil So Okay Okay Konnten war eine 30er Ich weiß, aber Nope BTF Warum hast du davon einen Wandsprung Ich weiß, was ich Hier ist hundertprozentig ein Pilz, ne? Ja, klar. Puh. Okay. Netter Bosskampf, muss ich sagen. Der hat schon mal ein bisschen Pfiff dahinter. So knapp, so knapp, ein Treffer. Warum? 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 Warum frisst er da meine Sprünge? So wie ich es haben will, hm? Was war das? Warum ist der denn nicht gespinnt? Genau, so sollte es eigentlich sein. Was soll das? Wow. Es weckt. Was ist denn da drin? Pro. Ich glaube, ich habe die Abschlussrate gut nach unten getrieben. Ah. Aber dafür, dass ich mich dumm angestellt habe, kann man das ruhig mal geben, ne? War vollkommen in Ordnung. Ja, Great Curse, Love the Boss Battle, super creative. Er trifft es auf den Punkt, ne? Also wirklich ein sehr schöner Kurs. Zwar nicht komplett in einem durchgezogen, aber er hat ja auch gesagt, es geht um Wiggler und, ähm, Piranha-Pflanzen. Aber in der Endloss-Herausforderung würdest du nicht sehen, dass es um das geht. Insofern, danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhott rein. Tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020